ach so oh mein gott ist das licht hässlich oh mein gott ist so hässlich das licht es ist nicht schön aber ich kann halt nichts machen hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video und meine schwester hat vor zwei tagen zwei videos hochgeladen sogar drei ich weiß das nicht ganz genau ich glaube zwei oder drei konnte eh nachschauen und ich habe heute ein video hochgeladen mein fünftes bastel video unbedingt anschauen und ja es ist nächstes adventssonntag schon der dritte adventssonntag es geht ja so schnell kaum zu glauben oder das ist jetzt so schnell vergangen oh mein gott das kann man gar nicht glauben wie schnell das geht so was wollte ich eigentlich noch sagen die jalousien sind schon zu ja ich habe einen fernseher den fernseher habt ihr schon im letzten video gesehen das war es eigentlich schon mit meinem video hä vielleicht kommt noch eine gute nacht und einen guten morgen wieder in der früh wenn ich nicht vergessen und sonst tschüss ich halte nicht richtig tschüss